Moin moin, willkommen zurück zu einem neuen Video, mein Name ist Houston und ich spiele wieder Campany of Heroes 3. Ich habe hier eine sehr interessante Map gefunden. Und zwar das Verteidiger-Team, in dem Fall die Experten-KIs, haben so eine richtig fette Basis mit Mauern und, hast du nicht gesehen, ja, Artillerie und Plak-Geschützen und MG-Bunkern, ja. Und das sind alles von KI bereits besetzte Waffensysteme. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe das bisher noch nie auf irgendeinem Map gesehen. Und das fand ich saukool. Es spielt sich wie so eine Koop-Mission irgendwie. Als ob man hier, wenn man jetzt die Alliierten spielen würde, ja, eine Koop-Mission machen würde. Und man muss eben so eine deutsche Basis irgendwie angreifen und zerstören. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool. Und bis gleich. So, dann geht's los. Ähm, ich wollte das eigentlich auch ein bisschen anders aufziehen, das Ganze hier. Und zwar, dass ich alleine irgendwie gegen die KIs spiele. Aber ich habe vergessen, das Spiel wieder auf Privat zu setzen und da sind so viele Leute beigetreten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, wäre jetzt auch irgendwie scheiße, wenn ich die rauskicke. Äh, ja. Also habe ich es jetzt einfach mal drin gelassen. Ja, ich spiele die Briten und werde mal auf die schwere Panzer-Kampfgruppe gehen. So, ich zeige euch gleich die Map, dann werdet ihr sehen, was ich meine, ja. So, wir scrollen mal ein bisschen hoch. Das ist die Basis. Ne, ganz viel Mauer und so. Und die sind überall. Ich glaube, hier irgendwo an der Ecke steht eine 8-8 da rum, die von einer neutralen KI besetzt ist. Also, naja, so wirklich neutral ist sie nicht. Gehört schon zu dem Verteidigerteam, diese KI, aber die kann von keinem gesteuert werden. Also, die steht einfach nur da so rum und besetzt eben diese Geschütze. Guck, und da ist noch so ein Mörser-Bunker. Ja, der auch dieser zusätzlichen KI gehört. Und auch diese Gebirgsjäger hier, äh, Gebirgsjäger, normale Jäger, so. Die gehören auch der KI. Das ist schon irgendwie ganz schön geil, muss ich sagen. Habe ich bisher noch nie gesehen. Oh, nein, kein Mörser. Ja, jetzt geht die mir natürlich hier auf den Sack mit den ganzen Jägern. Was willst du machen? Ich hatte mir auch eigentlich mal vorgenommen, Hearts of Iron 4 aufzunehmen. Habe ich auch angefangen, so 3 Stunden Aufnahme. Und habe mich dann doch irgendwie dagegen entschieden und es wieder weggeschmissen. Ja. Sagt mir doch einfach mal bitte in den Kommentaren, ob ihr irgendwann mal Hearts of Iron sehen wollt. Wenn ja, ist mir euer Wunsch Befehl. Wenn nein, dann nein. Weil wirklich, wirklich drum, drum weinen werde ich nicht, weil das wird mit sehr viel Arbeit verbunden sein. Stundenlang aufnehmen und dann noch mehr, noch mehr Stunden bearbeiten, die Videos. Ja, da kann ich auch nicht jeden Tag 1 Ton machen, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Das ist dann einfach, wenn, wenn wird das so ein Video, was mal so nebenher irgendwie läuft. Dass ich immer wieder mal, wenn ich ein bisschen Zeitüberschuss habe quasi, dass ich dann da ein bisschen dran mache. Aber so den Hauptcontent ersetzen kann das so leider nicht, weil ich davon einfach zu wenige dann machen würde in der Zeit. Jetzt nehmt das ja gar nicht ein, das reicht überhaupt nicht, aber in deinem Sonntag, das ist ja doof. So Jungs, macht dir die bitte kalt. Das sieht nicht danach aus, ob ihr das schaffen würdet. Wo sage ich meine, hatte ich nicht einen MG ausgebildet? Ne, hatte ich nicht, ne? Ja, hab ich nicht gemacht. Dachte, mir war irgendwie so, naja. Ja, jetzt schießt der scheiß Mörser da auf uns. So Jungs, gebt Gas mit Heilen. Oh, das können wir uns mal schnell holen. Dann sind hier unsere Pioniere billiger. So. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wir werden jetzt zusehen, dass wir hier mal irgendwie Land gewinnen. Ja, also an der Mauer gibt es bloß drei Durchgänge. Einmal dieser kleine hier hinten, der scheinbar auch standardmäßig erstmal blockiert ist. Ähm, dann dieses Haupttor hier in der Mitte. Und hier oben, da. Da kann man auch noch durch. Oh, ich wollte auch schon irgendwas Panzerartiges rollen. Ja, hier ist auch gerade die Barrikade kaputt gegangen. Aber ich finde die Map saukool. Und was ich auch gesehen hatte, hier oben, kann man jetzt nicht sehen. Ähm, das habe ich nur einmal, einmal, ja, sehen, also einsehen können, als ich die Verteidiger gespielt habe. Da läuft hier so ein bisschen wieder diese neutrale KI rum. Und hier drin sind dann wirklich neutrale, alliierte Einheiten drin gefangen. Also die sind einfach nur grau unterlegt von der Farbe. Und ich war überlegen, was passiert, wenn man hier das Tor kaputt sprengt und die Infanterie hier draußen killt von den Deutschen. Kriegt man dann diese Einheiten geschenkt oder so? Das wäre halt super geil, wenn man das mal testen könnte in dem Video. Und was auch mega ist, hier ist eine Eisenbahn. Jetzt ratet mal, was hier unten an dieser Eisenbahn dran hängt. Ein fucking Eisenbahngeschütz. Und das funktioniert auch. Das schießt in regelmäßigen Abständen immer mal hier runter. Irgendwie hier so hin mal irgendwie ballert das. Also bei uns Richtung, in die Basis rein glaube ich nicht. So weit geht das nicht. Ich habe nur mal gesehen, da konnte er es bis hier hin ballern. Aber saukool, dass das Teil funktioniert. Gehört natürlich auch dieser neutralen KI und nicht den Spielern. Also man selber hat da keinen Einfluss drauf, wo es hinschießt. Aber trotzdem, saukool, Alter. Naja, komm, da ist halt dieses blöde MG-Nest noch. Wir brauchen dringend Panzerabwehr, Freunde. Wo ist eigentlich der andere Dude da? Ja, danke Bombeer. Danke für nix. Ich glaube, wo es geht los, ey. So, Panzerabwehr. Die brauchen wir mal ganz zügig. Ja, blöderweise haben wir ein paar Kollegen die Wehrmacht genommen. Also wir haben zwei Wehrmacht-Spieler. Ja, ist so ein bisschen für die Immersion nicht so toll, ne. Aber, naja, was soll es, ne. Kann ich jetzt auch schlecht was gegen sagen. Ich glaube, die leichten Panzer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen schalten wir erstmal die Artillerie frei. Weil, ja, hier ist halt viel Bunkerkram, ne. Da ist ein bisschen Artillerie, glaube ich, ganz geil. Ja, ob wir das hier oben kriegen. Ich könnte höchstens versuchen, die Pioniere da mit hinzuschicken und das Ding da dicht zu machen. Also wirklich richtig dicht zu machen. Da müssen wir nur aufpassen, dass hier keine Gegner dran vorbeilaufen einfach. Wow. So, Anti-Tank-Crew, gehen wir näher heran da. Unser Maid hat ja auch schon Anti-Tank-Bunker irgendwo hingesetzt, ne. Pff. Das ist wieder nett. Ja. 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 Geh lieber nach Hause. Sector Lost? Welcher? Ach, der hier wahrscheinlich, oder was? Ne. Der war doch die ganze Zeit schon Lost. Ja, irgendwo da drüben was. Auf jeden Fall. Der Maid kriegt da nämlich ein bisschen auf den Sack. Aber was soll ich machen? Muss selber zusehen, wo ich bleibe hier. So, hier habe ich herausgefunden, es reicht, wenn man da eine so eine Panzertrap reinsetzt. Eine, habe ich gesagt. Und dann kommt da gar nichts mehr durch. Keine Infanterie, keine Fahrzeuge, gar nichts. Komplett broken. Aber okay. Und das, äh, da tut, da tut die KI auch nur selten was gegen. Ich habe das halt einmal jetzt gespielt hier auf der Map. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie dieses Ding da kaputt gemacht hat. Also ist das jetzt erstmal eine relativ sichere Nummer. Was denn hier schon wieder passiert? Das kann doch nur der Brummi gewesen sein. So, Jungs. Oh. Ich knall einmal drauf. Mal immer hin. Na ja. Hm. War jetzt, war jetzt nicht so doll, ne? Guck mal lieber noch eine Kanone. Und das Ding können wir hier eigentlich auch mal irgendwie hinzimmern, wenn die noch irgendwo ein bisschen Platz halten. Wäre halt geil, wenn das, na ja, hier geht noch. Da geht noch. So, Junge, du komm auch mal wieder zurück. Ich wollte eigentlich nochmal eine Taste umbelegen, weil ist eigentlich irgendwas auf Tab? Ja, dieses Umschalten da unten. Aber das benutze ich sowieso nie. Das finde ich totaler Quatsch. Äh, Steuerung. Ich wollte nämlich die Taktikkarte. Wo ist sie denn? Taktikokarte. Spiel. Äh, Steuerung war doch schon richtig, ja. Taktikokarte. Wo ist sie denn? Äh, wollen wir hier noch drauf gehen? Wissen Sie, was mache ich von anders? Darauf geschissen. Das ist mir jetzt so doof, das Haus zu suchen. Oh, nein, bleib da stehen. Och, bleib doch da jetzt einfach stehen. Six Bönde. Irgendwie die reden, ey. Six Bönde. Ja, der Jerry, der kriegt hier gleich noch eine schöne Panzerabwehr in den Nacken. Oh, nein, nicht du sollst zurück, du. Wähl ihn doch aus, Mensch. Meine Fresse. Jetzt geht der rückwärts an die Front, Alter. Das ist auch manchmal ein Chaos mit dieser Steuerung. Kannst du dich hier heilen? Nee, natürlich noch nicht. Noch ein Stück zurück. Ja, jetzt verlieren wir das da hinten wieder. Aber das war abzusehen. Wolle ich vorsichtshalber noch eine Anti-Tank? Ich glaube, das wäre besser, ja. Glaube, das wäre besser. Oder Ja, nee, noch mehr Anti-Tank brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn ich jetzt noch die Boys hole, das ist, glaube ich, ein bisschen Overkill. Dann machen wir hier lieber einen auf Anti-Infanterie. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Andererseits, die Boys ist auch relativ gut gegen Infanterie, tatsächlich. Ach, nee, komm, ich lasse das lieber so. Ich lasse das jetzt so. Ja, hier läuft ja ganz gut, ne? Mit dem, seinem Anti-Tank-Bunker. Warte, wie viel hat der denn da auch schon hingezimmert? Vier Stück? Naja, gut. Meinst du zu funktionieren? Also, was will man sich beschweren? Hier brauchen wir jetzt sieben Punkte für den Black Prince, ey. Das ist schon ordentlich. Also, was ich jetzt versuchen werde, der Kollege scheint das hier ganz gut im Griff zu haben. Oh, hier geht man auf die Nummer 3. Ich werde jetzt hier richtig schön dicht machen alles. Andererseits ist hier noch so ein scheiß Bunker, so ein Mörser-Bunker. Hoffentlich klappt das, wenn wir einfach weiter... Oh, rück, zurück. Ach, nee. Komm jetzt, hau ihn weg, den Jäger. Das Einzige, was halt nervig ist auf dieser Map, ist dieses Riesen-Aquädukt. Oder, nee, das ist kein Aquädukt. Das ist einfach eine Autobahn oder so. So eine Autobahnbrücke. Das, die ist halt echt ein bisschen nervig. Die hätte man... Ja, auch ruhig weglassen können. Die hätte man ruhig weglassen können. Aber jetzt macht wenigstens den weg, bevor er nach Hause rennt. Das wird doch auch wieder nix. Naja. Naja, gut. Kommt, einmal besetzen. Einmal heilen, einmal heilen. Dann gehen wir jetzt hier schon mal vor. Passen ein bisschen auf, dass hier kein Ärger gemacht wird. Die zwei, die können auch schon mal nach vorne kommen. Ich hoffe einfach mal, dass der Mörser nicht so weit schießen kann. Ansonsten werden wir uns zeitnah um den kümmern müssen. Wie sieht es denn aus mit dieser Artillerie hier, Bishop? Dann nehmen wir den doch schon mal. Können wir uns schon mal um so ein paar Bunkeranlagen da kümmern. Wir sind nicht so weit, da bin ich. Ja, du kannst hier auch mal mit einnehmen gehen. Die beiden, die kriegen wir jetzt schon hin, ja. So, und du kommst mal rüber und machst hier mal so eine Sandsacklinie. Ihr beide geht ein bisschen weiter auseinander. Du chillst dich mal da so hin. So, der Bishop ist am Start. Komm mal her, Kollege. Wo machst du das Ding in der Wäsch, bitte? Ja, treffen muss man natürlich auch. Ansonsten wird das nix. Ich hoffe, man kann nicht die Mauer versäglich kaputt sprengen. Das ist mir das letzte Mal nicht passiert, dass irgendwo ein Loch in der Mauer auf einmal war. Ich glaube auch, das geht nicht, aber ich will's nicht heraufbeschwören. Lass bitte meine Anti-Tank in Ruhe. Was kommt denn alles runter, Junge? Das ist aber gut. Ich höre Nebelwerfer. Achso, okay. Verbündeter Nebelwerfer. Ich dachte schon. Dann ist ja gut. Hier, medizinische Umwandlung brauchen wir natürlich noch. Äh, ja. Wie sieht's hiermit aus? Braucht man da irgendwas von? Wird Infanterie ein, Bonus auf Veteranenpunten und verbessert die Leistung von Veteraneneinheiten. Ja, okay. Truppenwaffenausbildung ist wahrscheinlich das gleiche. Leichtes Fahrzeug, Ausbildungskram, Panzerfahrzeugausbildung. Sag mal, was ist los hier? Oh, Frosch im Halt. So, äh, ja. Dann machen wir erstmal die ganzen Ausbildungsgedünse hier für Infanterie und die Anti-Tank. Och, nee. Och, nee. Hat der jetzt hier alle platt gemacht oder was, der eine? Also, was heißt alle? Es waren ja bloß noch zwei, die eh fast tot waren, aber ihr wisst, was ich meine. Hier, komm. Versetzt mal neu. Cheeky-little-Wanker. Lol, warte mal. Nicht Dummkopf. Das Aufklärungspaket ist doch viel geiler. Oh, nein. Das habe ich komplett verpeilt. Dass es das auch noch gab. Das war doch dieses OP-Ding, was einfach alles wegrasiert an Infanterie. Ne, gehen wir mal da zurück. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das Ding scheint im Arsch zu sein, weil der Mörser geht mir nicht mehr auf den Senkel. Das ist sehr schön. Hier drüben ist auch noch so ein Mörser gewesen, glaube ich. Entweder das oder das. Da ist nämlich auch ein Bunker. Das weiß ich noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich bombe einfach weg. Ist auch egal. Früher oder später muss das sowieso weichen. Das Ding haben wir so ziemlich sicher. Jetzt brauchen wir hier mal irgendwo... Ne, scheiße. Die großen Munitionslager sind natürlich nur die hier alle. Die drei. Es lohnt sich jetzt nicht so hier auf das Kleine so ein Ding zu setzen. Ah, komm. Was soll's, ne? Was soll der Geiz? Ein Pionier, bleib mal bitte hier oben. Der baut noch mal hier die Dinger auf. Schade, dass die Infanterie das nicht machen kann. Wenigstens Sandsäcke bauen. Das wäre doch schon mal was. Ja, das können wir uns demnächst auch noch gönnen. Oh, ne. Geht das hier wieder los, ey? Loll, der lebt ja noch. Gut, kann sein, dass das auch hier inzwischen wieder anders war. Aber früher war es auf jeden Fall so, wenn man da keine Sicht drauf hat auf das Ding, dann sieht man nicht, ob es kaputt ist oder nicht. Dann ist einfach nur der letzte aktuelle Zustand zu sehen, sozusagen. Wie man den ohne den Nebel des Krieges das letzte Mal gesehen hat. Also würde der Bunker so lange da sichtbar bleiben, bis ich da ranfahre, der Nebel des Krieges weg ist. Und dann würde ich erst sehen, aha, der Bunker ist ja gar nicht mehr hier. Aber ich glaube, hier ist das anders. Wir werden es gleich sehen. Okay, wir werden es wohl doch noch nicht sehen. Bischof, keine Lust mehr. Bischof, musst nachladen. Ja, Bischof, dann lad du mal nach. Ruhe dich ein wenig aus, mein Junge. Trinkt einen Tee. Und dann reden wir gleich nochmal weiter. Let's get rolling, let's. Die Briten, ey. Ich finde die auch geiler als die Amis, muss ich sagen. Die Amis sind auch so ausgelutscht einfach. In jedem blöden Shooter, so von Medal of Honor bis Call of Duty zu Battlefield, was weiß ich was, überall hast du immer nur Amis gespielt. So, und jetzt gibt's auch jetzt in den jüngeren Jahren auch endlich mal Spiele, wo man auch die Deutschen spielen kann. Weil früher war das ja total verpönt. Oh, die Deutschen, die darfst du auf gar keinen Fall spielen in den Zweiten Weltkrieg, in den Zweiten Weltkrieg spielen. Du bist ja, bist ja, bist ja Unmensch, wenn du das machst. Ähm. Ja, und inzwischen hat sich das ja aber auch wieder gewandelt, diese Meinung. Und jetzt gibt's ja auch mal die Deutschen in den Spielen. Und deswegen finde ich die auch nach wie vor immer noch deutlich interessanter als die blöden Amis, weil die einfach völlig ausgelutscht sind. Jahrelang ist man nur zugeschissen worden mit Ami-Content. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sicherlich. Werdet ihr bestimmt. Ja. Ja. So, Black Pins. Wie teuer? 180. Uich, uich, uich. Naja, der blöde Mörser ist auf jeden Fall weg. Da können wir hier auch mal ein bisschen weiter vorrücken und die nächsten Dinger hier captchern. Alter, was macht der? Was geht denn mit ihm ab, Alter? Baut der sich jetzt Bunker für Bunker die gegnerische Basis rein oder? Oder wett? Der ist ja geil, der Typ, ey. Der andere baut nur Nebelwerfer und Anti-Tank. Ich meine, scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Oh. Sollte natürlich auch die Anti-Tanks nach vorne holen. Six-Pounder Anti-Tank. Oh, nee. Du brauchst jetzt nicht so weit nach vorne holen. What the fuck? Was ist denn mit meiner Infanterie da passiert? Das habe ich ja gar nicht gesehen, ey. Du guckst auch ein bisschen in die falsche Richtung, Kollege. Geißte, meine arme Infanterie. Die Packs werden das hier erstmal halten können. Zusammen mit dem Ding hier auf jeden Fall. Okay, jetzt wird's unfair. Jungs, rennt. Ja, er bombt seine eigenen Flammenwerfer weg. Gerade so noch richtig hier, ey. Geile Sache. Ja, bauen wir hier mehr Infanterie-Sektionen. sind im Namen ihres Königs draufgegangen. Jetzt sind noch irgendwie... Hä? Wo ist denn jetzt hier mein Royal Engineer noch krepiert? Ist der das da? Sieht aus wie ein Royal Engineer. Ja, der hat eine Schaufel auf dem Rücken. Scheiße. Was auch immer da passiert ist, man weiß es nicht. Man würde es auch nie erfahren. Ich fange mal an, da die Dinger wegzubauen. Hoffentlich fährt er jetzt nicht zu weit nach vorne. Das geht mal. Kommt wieder ein bisschen was. So, Leute, alle Mann hier hoch. Vielleicht kaufe ich doch die Anti-Tank. Weil es kommen halt schon sehr viele Panzer, muss man ja sagen, ne? Infanterie ist bisher gar nicht so das Problem gewesen. Oh, nee. Ist ja da jetzt durchgekommen. Ach, nein, ey. Six Pounder waiting on you, sir. Ich hoffe, er ist hier oben einfach nur irgendwie so dran vorbeigesneakt. aber ich befürchte nicht. Everybody needs cover. Komm, ich nehme erst mal wieder die Aufklärungsdinger. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen mehr was an Infanterie, wenn man weiß es nicht. Oh, oh. Oh. Ja, der scheint da durchgekommen zu sein. Fuck. Hä? Nee, doch nicht. Äh, doch. Hä? Ist das Ding kaputt oder? Nee, ist es kaputt. Scheiße. Wisst ihr, jetzt war es so. Jetzt wussten wir nicht, dass es im Eimer ist. Weil wir es noch nicht wieder neu gesehen haben. Na ja. Ist auch alles irgendwie ein wenig. Ich weiß es nicht. Wo ist denn jetzt dieser blöde... Das ist er. Sehr gut. Dann war doch ein Mörserbogen gar. Ich dachte, das wäre ein MG. Na gut. Six Pounder und die denken. Ach nee, das Ding ist ja immer noch da. Ja, du kannst dich jetzt aber nicht zurückziehen, Kollege. Du musst jetzt standhaft bleiben. Wieso stellt ihr euch beide direkt nebeneinander? Was ist das denn da schon wieder, ey? Machen wir mal so. Nochmal. Hoffentlich langt es hin. Wir werden es gleich sehen. komm, mach voll jetzt die vier. Das wäre jetzt schön, wenn wir das hätten. Hoffe, das reicht. Könnt ihr da lang gehen? Ja, könnt ihr. Scheiße. Die Infanterie kann jetzt hier natürlich noch durch. Mann, 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 ey. So, wisst ihr, was? Äh, ihr könnt jetzt wieder hier rüberkommen. Auf meine Pioniere warten. Die Blödköppe. So, Black Prince. We have a Black Prince reporting in. A lucky day. A lucky day. So, Black Prince. Oh, das war ein langes Rohr, du. Geil. Geil, geil, geil. Setz dich mal dahinter. Genieße dein Leben und schieß ein paar deutsche Panzer weg. Oh, nee, du. Setz einfach mal langsam gut. Dann muss der Black Prince vielleicht doch mal hierher kommen. Ah, lol, der Brunberg kann das Ding einfach kaputt fahren, oder was? Seit wann denn das? Ist der Brunberg so krass, oder wie? Dass den uns einfach nicht juckt. Die haben eine Bazooka. Die haben eine amerikanische Bazooka. Was ist das denn für ein Verrat? Unser Verbündeter beliefert die mit Waffen da drüben, ey. Oh. Du ahnst das nicht. Jetzt haut er ab, ne? Jetzt haut er ab. Kleine Ficker, ey. So, nee, warte mal. Ihr könnt auch gerne auf Infanterie ballern. Dann würdet ihr vielleicht auch mal diese Pack da wegschießen, die da euch belästigt. Ich fahr hier mal kurz durch. Ich schieße den Bunker auseinander und dann hau ich wieder ab. Black Prince, Saling Ford. Ja, Black Prince, du hast eine ganz schöne scheiß Sichtlinie. Oh, da ist eine 8-8er auf dem Flügel. Äh, da hauen wir vielleicht auch wieder wieder ab. Der Black Prince ist fast im Arsch. Das war nicht so klug. I don't wanna hear your fucking word. Alter, diese Pack da drüben, ne? Also meine schießt aber auch, ja doch, die schießen zurück, aber die machen einfach kein John. Kann ich eigentlich Mg-Bunker bauen? Bestimmt. Was ist das? Nee, vorgeschobene Reperturbau. Also das ist kein Mg-Bunker. Neule Brite kann keine bauen, Alter, das ist ja ärgerlich, ey. Aber dann würde ich hier einfach mal so ein Mg-Nest hinsetzen. Vielleicht können wir mal den Kollegen anfragen, ja. Wollen wir Enter? Ja. Äh, wie hieß denn die Küstenverteidigung auf Englisch? Coastal Defense oder so? Coastal Defense Guy. Can you build build some Bunkers here? Oh. Bunkers hier. Hoffentlich sieht er es. Kommt schnell hinter die schützende Panzerverteidigung. Ja, er ist on my way. Sehr geil. Nee, 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 bleib da hinten. Können weiter reparieren, Jungs. Ja, ist der Panzer jetzt weg, dann können wir mal die Packe blatt machen gehen. Ja, er kommt, er kommt. Ein Mann schickt da rüber. Geiler Typ, ey. Geiler Typ. So, äh, wo ist eigentlich mein... Da. Mach mal den Munker da jetzt weg. Rennen, Junge, rennen. Oh. Er ist safe. Er ist safe. Oh, wo rennt ihr denn lang? Ihr sollt ja nicht hinterher rennen. Ja, zurück hier. So, mein Junge. Knall da schön was hin. Mach alles dicht. Hier darf nichts durch. Damit mir hier nichts mehr auf den Pimmel geht. Warte, wo du schon da bist, geh mal hier noch einnehmen, schnell. Und ihr könnt jetzt auch mal vorfahren. Damit wir hier auch endlich mal richtig da... den Haupteingang auch mal... anfangen zu belagern. Du gehst auch mit vor. Bisschen helfen, falls da Ärger ist. Du gehst auch mit vor zum Heale-Heale machen. Ja, du gehst erstmal wieder hier runter. Da oben werden wir keine Pioniere brauchen. Ja, sieht doch ganz solide aus jetzt hier erstmal. Ja, sehr schön. Schöne Bunker-Bunker. Geil. So, äh, ich werde hier nochmal versuchen... ...icht zu machen. Vorsicht, Zauber. Nimmst du das jetzt noch ein da? Weiß ich nicht, glaub nicht. Gehen wir jetzt ein Stück zurück. So, das sieht erstmal ganz solide aus jetzt hier alles. Wie schnell er die auch hochzimmert, ey. Der verschwendet echt keine Zeit. So, das setzt er mal auch noch Stachel-Laut vor. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, die biegen ab. Geil. Die haben keine Lust mehr. Thanks. So, dann kommt der Black Prince jetzt auch mal hier hoch. Np-sachter, geiler Typ, alter. Ach Gott. Der übertreibt halt gar nicht, ne? Oh Gott, hier. Für Screenshot. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht wird das ja das Thumbnail. Mal sehen. Gehe ich doch auf jeden Fall hin. Oje. Nein, egal. Ich bin sowieso noch on the move. Aber geil. Das scheinen wir jetzt ja erstmal secure zu haben alles. Das gefällt mir sehr. Schicken wir den Black Prince ein bisschen vor. Eure Reichweite können wir gerade so noch ein bisschen ausreizen. So, und ihr zimmert jetzt hier schon mal so ein Munitionsdepot drauf. So, und wir brauchen jetzt auch mal das nächste, beziehungsweise das letzte Gebäude. Weil ein Panzer wird nicht reichen hier auf Dauer. Aber macht der Bunkerblatt. Geil. Get this bitch into position. Genau mein Reden. Jetzt geht's ja auch mal voran. So, ne? Das ist alles safe. Ja, das ist ja... Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn. Wenn der Deutsche Bunker sieht, da geht ihm das Herz auf. Da kann er nur froh locken. Also in dem Fall meine ich mich mit dem Deutschen. Warum schießt der Panzer da um? Geil. Oh, ne. Jetzt schießt der irgendeine ekelhafte Artillerie rein. Ich hab grad verstanden. Come on, Chad. Als ob er mit seinem Twitch-Stream reden würde, der LKW-Fahrer hier. Oh, oh. Oh, Pioniere auseinander mit euch. Oh. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, Jungs und Mädels. Also laut YouTube Analytics schauen hier hauptsächlich Männer zu. 2% Frauen waren's, glaub ich, auf dem Kanal hier. Der Rest alles Kerle. Naja. So, was macht das hier eigentlich genau? Also hier kommt irgendwie so Beobachtungsshit runter. Oh, Leute, ich kann das auch außerhalb hier setzen. Also in den Nebel rein. Komm, wir setzen mal einfach mal da so hin. Mitten auf die Kreuzung. Guck, da ist nämlich die nächste 8-8 da. Ja, das war das Aufklärungsflugzeug. Das eigentlich aufklären sollte für die Artillerie, die dann danach schießen müsste. Das hat sich dann wohl auch erledigt mit der Artillerie. Wo schießt denn der hin? Oh, da kommen schon wieder so viele Panzer. Ja, wieso baut der eigentlich so viele Brummis? Was ist das da? Sind das jetzt Minen? Das sind richtig fette Minen, Junge! Wie viele Minen hat der denn da hingeklatscht? Das sind doch Minen, oder? Was ist das? Oder sind das einfach nur so Steine aus der Mauer oder sowas? Weil die sind auch so leicht durchsichtig irgendwie. Deswegen hätte ich gesagt, das sind Minen. Und man kann sie auch nicht anklicken. Hä? Weiß ich jetzt nicht genau. Weiß ich nicht, was das ist. So, wie sieht's jetzt hier aus? Vera, Matilda. Ich hätt gern eigentlich den Grand-Panzer. Ja, den verschalten wir da mal vor. Wir könnten auch noch ne fettere Anti-Tank holen. Aber die sind eigentlich okay, die wir jetzt hier haben. Komm, sparen wir uns das Öl. Brauchen wir noch nicht. Ja, das nehmen wir auch nochmal schneller zu, das Upgrade. Hier, Panzerfahrausbildung können wir uns jetzt auch kaufen. So, und das baust du da jetzt noch drauf. Dann reparierst du ihn. Und ihr könnt euch jetzt eigentlich hier direkt vor das Tor stellen. Damit ihr da genau reinballern könnt. Und du stellst dich genau dahinter auf. Oh, da kommt jetzt nur die Garubitze rein. Ey, geil. Äh, ja, das ist jetzt natürlich ganz schön beschissen. Hä? Ne, wieso kommt denn das? Wo kommt denn das jetzt runter? Okay. Geht. Rennt. 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 Oh, der Blacky. Blacky bleibt am Leben. Oh, Blacky gerade so noch am Leben, Alter. Okay, die 8 8er ist auf jeden Fall weg. Da hat die fette Wumme reingeschossen. Jo, aber es hat alles überlebt. Außer die eine packt. Aber es ist nicht so wild. Die können wir einfach ganz schnell wieder besetzen hier. Ui, was ist das denn? Macht aber viel Schaden. Und du chillst dich dahin. Du chillst dich mehr hier hin. Und du kommst auch mal ein bisschen weiter darüber. Gut. Der LKW, der kommt ein kleines Stückchen nach hinten. Cool. Dann Engineers, wenn ihr mit dem Blacky fertig seid, möchte ich ein paar Sandsäcke sehen. Eigentlich noch so ein Bishop wäre cool. Ne, der war hier irgendwo, ne? Was da? Komm. Den nehmen wir uns noch. Und der Grand, wie teuer ist denn der? 90. Ja, das haben wir ja bald. Dann holen wir uns noch einen Grand dazu. Oh, ein Teaser. Oh, lecker Teaser. Guck, da ist das Einzelmann geschützt. Wir können es jetzt endlich sehen. Die, der schwere Gustav, Alter. Ja, und manchmal, wie gesagt, schießt der auch. Ich weiß nur nicht, in welchen Abständen. Ja, und wir müssen auf jeden Fall das da hinten ausprobieren. Das darf ich nicht vergessen. Das habe ich nicht beim letzten Mal schon vergessen. Also ich habe sie insgesamt zweimal gespielt. Einmal habe ich nur grob reingeguckt in die Map. Und das zweite Mal habe ich sie richtig gespielt. Und ja, beim zweiten Mal habe ich dummerweise vergessen, mir das da genauer anzugucken. Weil wir da auch mit anderen, ähm... Also weil ich da auch mit anderen Dudes gespielt habe, mit Randoms. Und ja, das ist mir erst kurz vor Schluss aufgefallen. Da haben die Randoms hier dann alles platt gemacht. Und ich kam nicht mehr rechtzeitig da hoch. Tja, das war ein bisschen ärgerlich. Aber hoffentlich klappt es diese Runde. Oh, reicht das mal hin hier mit den Sandsäcken. So, der Tiger fährt vor. Da müssen wir eigentlich hinterher gehen, ne? Und der Black Prince auch. Komm, Artillerie schieß nochmal. Hier, du auch. Du bist gerade frisch gekommen. Aber fang an zu ballern. Denn ballern ist wichtig. Ballern bringt uns voran. Oh, ein Tiger und ein Black Prince. Auf derselben Seite im Griech. So, jetzt müssen wir nochmal Screenshot time. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der gute Screenie ist hier. Wahrscheinlich nicht. Hab's mir irgendwie cooler vorgestellt. In meinem Kopf sah's epischer aus. So, also eine Panzerabwehr hätte ich gerne hier. Eine Panzerabwehr hätte ich gerne hier. Und eine Panzerabwehr hätte ich gerne... Ich weiß nicht, irgendwie hier so. So, Leute. Macht's euch bequem. Wir werden hier so schnell nicht wieder gehen. So, ihr werdet jetzt mal hier anfangen, so ein paar Straßen zu blockieren. Just in Käse. Wir haben aber immer Panzer 4 weg. Der Bummi, der ist jetzt nicht so dramatisch gegen die Panzer. Wie ist denn der Tiger überhaupt? Äh, Bruder, dein Tiger. Ah, mach den Ping. Der Tiger ist hin. Scheiße. Ja, fahr doch weiter nach hinten. Wir müssen mal die Pucks mit zur Unterstützung dazunehmen. Oh. Die Pioniere sind komplett ausradiert worden. Ihr Jungs müsst aber auch ein bisschen auseinander gehen, wenn der Bummi gleich Ball hat. Mach den Bummi weg. Der Bummi, 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 Bär. Jetzt haut er natürlich ab. Das war das Eisenbahngeschütz. Es schießt. Heilige Mutter Gottes. So, Artie, Feuer frei. Wir versuchen es jetzt nochmal mit der Artillerie, ob die jetzt wieder abgeschossen wird, werden wir sehen. Jo, die nächste Infanterie ist fast im Arsch gewesen. Was war denn das für ein Manöver, Junge? Helter Schwede. Ja, das Eisenbahngeschütz. Also, das hat schon Wetterrandstufe 3. Ha! Ich wollte gerade sagen 2, aber das hat sich mal ganz schnell korrigiert. Ja, M3 Grand, nicht der M3 Lee, sondern der M3 Grand, weil der Lee war ja wohl absolut erbärmlich. Also, kann der schon wieder ballern? Das geht aber schnell, ey. So, wir haben eine Infanterie-Sektion, glaube ich, komplett verloren. Oh, nee, das ist keine Infanterie-Sektion. Ja, Stuart Panzer, wir erforschen das Ding hier nochmal eben. Wer weiß, ob wir es irgendwann mal brauchen. Da kommen Freunde. So. Oh, nee. Fuck. Scheiße. Oh Gott. Blacky, nicht, nicht so fahren. Der ist im Arsch. Jetzt muss der durch noch die Artillerie durchbrettern. Nien hat natürlich auch erwischt. Oh, nein. Ja, good lord, Alter. Das ist echt good lord. Das Eisenbahngeschütz bumst uns hier halt auch hart, ne? Wenn wir da reinfahren. Das ist wirklich problematisch. Artillerie, ihr ballert einfach mal weiter dahin. So, der M3 Grand hat ja einfach zwei Hauptkanonen. Und eine kleinere und eine richtig fette hier unten in der Wanne. Schade um den Black Prince. Wir werden uns aber beteiligt um den 9 kümmern. Oh, der hat ja noch übel viel Dings. Äh, Cooldown. Den Ressourcen scheitert es jetzt noch nicht unbedingt. Die haben wir relativ schnell wieder zusammen. Aber zwei Minuten müssen wir im Minimum noch warten. Hä? Meine ganze Infanterie-Sektion ist tot. Wo ist die denn reingerannt? Oh, nein. Oh, nein. Das ist ja blöde. Ja, ich werde jetzt hier auch auf die Boys-Panzerbüchse gehen, weil es kommen ja so viele Panzer hier vorm Feind. Nee, 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 nee. Braucht er jetzt nicht rein, rein. Ach, tja. Kannst du vielleicht noch was anderes bauen als einen Nebelwerfer? Wir brauchen auch irgendwas zum Pushen. Alter, wie schnell die weggebumst werden. Ja, das waren mal drei Panzer. Innerhalb von 10 Sekunden oder so. Oh, nee. Ja, 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 ich habe es schon gesehen, aber danke. M3, mache weg. Mache weg, mache schnell. Geil. Schnell reparieren. Und danach werdet ihr auch nochmal den reparieren. Und hier haben wir jetzt insgesamt wieder drei Mann. Sehr geil. Dann geht ihr das da jetzt zurückerobern. Und nochmal alle Boys. Boys. Nee, jetzt musst du den aber auch nochmal schnell reparieren. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Jetzt brauchen wir nur noch die Arbeitskraft und dann könnten wir uns den Black Prince zurückholen. Aber was zum Teufel ist hier passiert, dass das alles weg ist. Diese ganzen Bunker. Die können doch nur irgendwie durch Artillerie weggebombt worden sein. Ich glaube nicht, dass der das rein mit Panzern geschafft hat. Andererseits hatte er ja auch relativ viel Zeit dafür, muss man sagen. Sie stand ja schon eine Weile da unten jetzt rum. Vielleicht checken sie, was ich meine. Dass man da mal hin durchrücken müsste, um den Chokepoint mal abzudichten. So, Infanterie geht da jetzt rüber und helft da mal. Die Pioniere kommen auch da hin. Erstmal müssen die Pioniere hier schon wieder was reparieren. Vielleicht stelle ich die beiden Grants auch ein bisschen weiter nach hinten. Dann können die Anti-Tank-Kanonen erstmal ein bisschen schaden. Aufsaugen. Meinen Heal-LKW brauche ich noch. Ist Heile? Nee, immer noch nicht. Dann mach jetzt schnell Heile. Oh, wo kommt der denn her? He. Ich glaube der war rückwärts aus einer dunklen Ecke gefahren. Territory lost. Hm. Steht denn da rum? Flak. Ja, das wird eine etwas längere Mission werden. Wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde, Alter. Holy shit, ey. Mit der euch kann ich hier leider nicht allzu viel anfangen. Mach mal so. Andererseits haben wir, ich glaube, wenn ich das jetzt so mache, sperrt ihr euch wahrscheinlich nur wieder aus. Mach erstmal nur den einen da hinten und dann kommt der zweite und dann der dritte. Ich versuche mal hier oben, die 88 wegzubomben. Hä? Wieso ist der wieder aus der Gruppe raus, der andere Bishop? Verstehe ich nicht, Alter. Ich habe überhaupt nichts gemacht mit dem. So, jetzt gehen sie erstmal zurück. Dann kommt der zweite da rein. So, dann können wir jetzt auch gleich mal testen, ob das jetzt auch infanteriedicht ist. Ne, ist es nicht. Letztes Mal war es das. Verstehe ich nicht, was ich da gemacht habe. Dann machst du das da auch da rein. So, Artillerie. Ihr seid immer noch nicht da. Dauert aber ganz schön lange dafür, dass ihr mobil seid. So, jetzt ballern wir mal die 88er weg. Und jetzt ziehen wir hier mal vorsichtshalber noch mehr Anti-Tank-Kram rin. Oh, oh. Bitte überlebt es, bitte. Das wäre fantastisch. Es sind alle drei tot. So eine, dumme Scheiße. Ja, wenn ihr da fertig seid, könnt ihr gleich mal wieder reparieren gehen. So, und du, mein Freund. Ne, du lass die Dinger da jetzt liegen. Weißt du was? Wir holen uns gleich einfach... ...nen Haufen Panzer. Ja, und dann reicht das hin. Okay, er baut sich da wieder ein. Sehr schön. Ihr könnt noch mal schießen. Die ist, glaube ich, immer noch am Leben, die 88. Dieses... ...dieses... ...diesen Missstand werden wir eben korrigieren. Ja, komm, einer noch. Ja, zumindest schon mal die Crude. Ich weiß nicht, ob der das wieder neu besetzen würde. Weil diese... ...diese zusätzliche KI kann ja keine neuen Einheiten rekrutieren. Wenn die erstmal weg sind, dann sind die halt weg. Von daher, also, wenn der keine Infanterie mehr irgendwo rumstehen hat, dann wird der das auch nicht neu besetzen können. Und ob es die andere KI macht, weiß ich nicht. Ob die so schlau ist. So, schwerer Churchill. Kann man ja eigentlich irgendwelche Upgrades kaufen. Was ist das jetzt hier noch gewesen? Tätiger Angriff. Wenn aktiv konzentriert sich die Besatzung darauf, die Waffen des Fahrzeugs abzufeuern. Ach so, okay. Na gut, das ist halt super langsam, aber schießt halt. Bin Wahnsinniger. Bitte überlebe. Danke. Also, ja, wir brauchen einen Haufen Panzer. Wenn die Teammates die nicht mitziehen mit Panzern, Sondern nur mit fucking Artillerie. Dann wird das eine Herausforderung. Ist hier noch irgendwo ein Bunker oder so? Was ist das denn da eigentlich für ein schwarzer Fleck? Baller da einfach mal drauf. Mal gucken. Wir werden es ja sehen, ob das irgendwas, irgendwas ist. Glaube aber nicht. Naja, da ist nichts. Ist einfach nur ein schwarzer Fleck. Driver, we're counting on you. Mal reparieren die den denn überhaupt? Macht ihr denn da, Jungs? Die reparieren den gar nicht. Die stehen da einfach nur rum. Jetzt ist er gleich im Arsch, wenn das hier so weiter geht. Aber wie oft soll ich denn noch sagen, dass ihr den reparieren sollt? Also mal ehrlich jetzt. Oh, jetzt kommt der schon. Das sah jetzt aus wie ein Panther von der Seite. Oh nee, der hängt hier hinten irgendwo fest. Und der hat sich da eingebaut. Oh, deswegen reparieren die auch nicht. Von beidem hängt irgendwo wer fest. Das sind zwei Mann, die da drin... Ja, scheiße. Alter, das darf ja wohl nicht wahr sein. Deswegen tun die auch nichts. Weil die auf ihren einen Mann da jeweils warten. Oh nein, ey. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den da rauskriege. Äh. Bunker Guy. Can you kill these two pioneers? With your fangs. They are stuck. Na, er macht schon. Thanks a lot. My whole pioneer squad wasn't doing anything because of that. Ah, jetzt reparieren sie. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Mann, Mann, Mann. Ey, das ist aber echt ne harte Belagerung hier gerade. Ohne Witz. Das wird echt ne Weile dauern, bis wir hier durch sind. Ach halt, ich muss ja auch immer beide. Da hinballern lassen. Nicht immer nur einen. Sehr gut. So, jetzt brennt da alles. Das kann ich ja erstmal nicht reingehen mit der Infanterie. Oh, kurz warten. Wie sieht's aus mit mehr Panzern? Ja, mehr Matildas. Äh. M3 Grants meine ich. Ich vermisse so ein bisschen so die defensiven Strukturen hier mit der Doktrin. Das ist sehr, sehr schade, dass die irgendwie nicht so voll wirklich vorhanden sind hier. Das ist ein bisschen übertrieben, aber noch nicht. Alter, diese M3 Grand Dinger, die hauen aber auch Schaden raus mit ihren Zweigeschützen. Das ist schon ganz schön krass. Warum mach ihn kalt, den Brummi? Oh, Alter, prallt alles ab da. Kannst du auch nicht ausdenken. So, jetzt werden wir da gleich reingehen. Wenn denn hier nicht alle 15 Minuten was Neues kommen würde. Ich hab auch so viel Munition. Ich hab aber auch irgendwie nichts, womit ich die aufbrauchen könnte. Und das wird ja sofort immer aus dem Übel geschossen hier. Ja, hier oben ist halt alles voll mit Flaks und so. Ja, das sieht doch jetzt aber ganz gut aus. Jetzt gehen wir da rein. Aber die Frage ist, wohin mit uns, wenn wir erstmal drin sind? Eigentlich müssten wir das zumachen und das dazu machen. Aber dazu müsste er mitkommen. Und Tiger kommt noch hinterher. Ne, Jungs, nicht weiter reinfahren. Wir wissen nicht, ob da wieder noch irgendwo... ...äh, Dings rumlungern. ...äh, 88s oder sowas. So, ihr könnt jetzt auch mal hier die... ...die Dudes, die machen jetzt mal die V-Geschichte hier an. Woll, das ist nur für einen kurzen Zeitraum. Oh, 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 nein. Artillerie, Artillerie, Artillerie. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, ey, das ist doch so geistesgestört. Ne, scheiß auf die... ...die Infanterie-Sektion. Ich brauche jetzt erstmal Pioniere zum Reparieren. Aber ganz dringend. Ihr müsst doch auch alle wieder raus. Wenn da jetzt wieder die nächste Gegnerwelle kommt, da habe ich nichts, um dagegen zu wirken. Oh, jetzt schießt doch noch die... Oh, der Gustav da rein. Wenn der jetzt alles killt, ne? Dann flippe ich aus. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Ey, der Gustav da hinten, Mann! Wenn ich auch nicht so einen massiven... ...Äh, Manpower-Probleme hätte, ne? Ich würde versuchen, das hier noch abzugraiden. Dann kriegen wir schon mal wieder ein bisschen mehr. Tja, ansonsten... ...bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Ich hole meine ganzen Panzer mal lieber noch ein Stückchen weiter zurück. Nicht, dass da irgendein Unglück passiert. Dann sind die wieder alle tot. Und das können wir uns jetzt wirklich nicht leisten. Ich glaube, ich habe wieder nur einen Geschütz schießen lassen. Früher war das so, da hast du halt einmal die Fähigkeit getriggert, mit allen ausgewählt. Dann haben die alle da hingeschossen. Aber jetzt musst du jeden Einzelnen den Befehl geben. Okay, das hat überhaupt nichts verändert. Scheiße. Ja, nur unnötig Arbeitskraft ausgegeben. Ja, jetzt aber. Wobei man aber auch sagen muss, dass das eigentlich geiler ist, so wie es jetzt ist mit der Artillerie. Dass man die... Dass man hier das Geschütz einzeln betätigen muss. An sich ist das besser. Kommen nur manchmal immer noch irgendwie durcheinander mit CO1, 2 und 3. Wie es da jetzt immer so unterschiedlich gewesen ist. Wenn ich mir überlegen, ob ich die Infanterie-Sektion einfach weglasse jetzt und nur noch Engineers pushe. Und reparieren. Ach hier, ihr braucht noch das Upgrade wieder. Das habe ich vergessen. Die haben aber auch echt eine krasse Reichweite, diese Panzerabwehrbunker. Ja Leute, es dauert noch ein bisschen, bis ich hier wieder im Kampfgeschehen teilnehmen kann. Muss das erstmal wieder alles fit machen, hier. So, wir versuchen es nochmal mit der Artillerie. Wird eh wieder abgeschossen, wetten. Jo, tschüss. Jo, wer fast auf dem Gustav gelandet, ne? Versuchen wir noch ein paar Mal und vielleicht treffen wir ihn irgendwann. So, ach ne, ist halt immer noch nicht, immer noch nicht startklar hier, ey. Aber ihr zwei könnt schon mal nach vorne dem Tiger da unterstützen. Jo, gehst auch mal dahinter. Versteckst dich hinterm Tiger. Okay, bei den beiden wird gar nicht angezeigt, hier mit dem Symbol, dass sie das Upgrade hätten. Ach doch, jetzt. Hä? Loll. Weiß der Geier. Ich glaube, ich hole noch einen Engie. Erstmal sind die auch billiger. Wo kommt er denn jetzt noch her? Aber wo war er denn reparieren oder was? Strange. Ab nach Hause. Der Gusti. Der Gusti schießt schon wieder. Ja. Ich hoffe, wir mal die verstehen das. Dürften sie aber. Oh, dein Tiger ist fast down, Junge. Ich mach dir Platz, komm. Oh, nein. Kurz vorm Catchern hat er ihn plattgemacht mit dem Gustav. Mmh, ärgerlich, ey. Da sind noch Bunkeranlagen. Die müssten wir mal versuchen wegzumachen. Jetzt hat er seine Kalaya-Pista verloren. Fuck, ey. Ja, der Tiger ist gleich wieder fit. Sehr schön. Boah, das ist doch auch ein Sperrfeuer aus den ganzen M3s, ey. So, Jungs. Feuer eröffnen. Schön, one by one rauspicken. Ein Panzer weniger ist ein Panzer weniger. Oh, oh. Ja, das ist natürlich immer Kacke dann jetzt, wenn er sich während dieser aktiven Fähigkeit zurückziehen muss. Ja, gut, die Artillerie-Gedeckung. Hier, die Bunker sind scheinbar bekämpft. Sehr schön. Ja, hier oben ist halt ein bisschen doof, ne? Wenn ihr da jetzt wieder durchprescht. Versuch's nochmal mit der Fähigkeit, aber... Das wird sehr wahrscheinlich wieder abgeknallt. Ja, da sehe ich doch schon die Flak schießen. Oh. Ne, ist wieder weg, der Radius. Scheiße. Ich habe gedacht, vielleicht ist es doch noch durchgegangen. Jetzt kommen sie natürlich von der Seite hier. So, Freunde. Jetzt wäre halt der Versuch... Erstmal hier hochzukommen. Müssen wir die 8-8er da noch loswerden? Ein bisschen näher ranfahren da an die Bude. Ja, passt gerade so. Geil. Dann fahren wir hier links dran vorbei. Machen hier mit Bunkern erstmal dicht. Wie sieht's hier eigentlich aus? Alles cool. Okay. Pioniere, macht mal den Tiger wieder klar. Okay, macht vielleicht erstmal den M3 Lee wieder klar. Äh, M3 Grand meine ich. Und dann den Tiger. Der Black Prince schießt nicht. Wieso nicht? Hm, keine Ahnung. Aha, er schießt doch. Sehr gut. Jetzt schießt nicht auf meine Pioniere, Brummi. Oh, er hat auch Anti-Tanks drauf hier auf den Dudes. Ja, und der Händel Boys. Die hat er mir geklaut irgendwo scheinbar. Hahaha. Hat er sich an meinen Waffen bedient. Naja, warum nicht, ne? So ist das im Krieg. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Ne, fahrt lieber da lang. Nicht, dass da doch noch irgendwie ein Geschütz ist, was euch auf den Sack geht. Oh. Okay, das war's jetzt wirklich mit der Infanterie. Das war's jetzt. Vielleicht auch ganz gut. Der ist irgendwie nutzlos hier gerade in der Situation. Der Panzer Vier hat gar keinen Bock mehr. Der Panzer Vier hat gar keinen Bock mehr. We should utilize all-man-power available to us. Oh-oh. So, schieß. Schieß, wie du noch nie in deinem Leben geschossen hast. Okay, Alter. Der wird auch so krass gegen-geräppt. Das ist schon krass. Oh, der Tiger geht da auf Jagd. Ja, Juni, Alter. E88 muss jetzt auch noch weg. Aha, da kommt die Reparatur- Äh, ne, die Bautruppe. Die Bautruppe, so. Mama mia. Wir haben auch einen relativ hohen Cooldown, diese Fähigkeit da. Die ist aber auch ganz schön stark eigentlich, muss man sagen. Also, die ist nicht von schlechten Eltern. Nicht von schlechten Eltern. Komm, wir nehmen noch einen. Ist doch der Richtige, ne? Ja. Wir nehmen auch gleich drei. Warum nicht so, ne? Warum eigentlich nicht? Der ist halt schon krass. Der hält jetzt nicht so super viel aus. Ich glaube, dafür ist mehr der Matilda dann da, dass der halt Schaden einstecken kann. Gut. Ja, starke Frontpanzerung steht da schon. Ähm. Ja, und der M3 ist mehr so der Damage-Dealer. So die, die Glaskanone sozusagen. Das ist aber auch fies, Alter. Der wird hier vorne von der Panzerabwehr beballert, von den Pucks. Und von der Seite kommen dann meine Panzer noch drauf, ey. Also, alles, was da reinfährt, ist so gut wie tot. Ja, schon wieder. Come on, Jett, we're gonna move. Ja, die 8-D-8 hat noch überlebt, ja schade. Aber gut. Müssen wir dann gleich nochmal draufballern. Brauchten auch noch ganz viele Bunker. Alter. Wo kommt der M3 jetzt eigentlich her? Wo, wo fährt der hin? Der fährt da hin. Ich hab den da nicht hingeschickt. Ich hab da auch, auch nicht den, den Spawnpunkt draufgesetzt. Hier den Sammelpunkt. Soweit ich weiß zumindest. Vielleicht hab ich da mal versehentlich draufgeklickt oder so. Aber meines Wissens halt nicht. Na ja. Wir nehmen das einfach mal so hin, weil ist ja gut, dass er jetzt hier ist, ne? Keine Frage. Ich frage mich nur, warum er hier ist. Den Tiger müssen wir auch nochmal reparieren gehen da oben. Ja, der Gustav ist wieder am Ballern. Jetzt nicht mehr. Immer wenn ich gucke, hört er aufzuschießen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Leute. Wir fahren jetzt mal hier vor. Ne, Quatsch. Stopp, 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 stopp. Wir müssen erst nochmal, ähm... die 88er wegballern. Fuck. Ach man, jetzt haben wir den einen da verloren, ey. Na gut, können wir da direkt ein Ohren bauen. So, jetzt machen wir die weg. Vielleicht ist er auch schon weg und wir sehen's einfach nur wieder nicht. Na egal, komm, wir fahren mal vor. Zur Not können wir den Rest auch noch selber wegschießen. Das der Brite hier auch mit mehr Panzern rumfährt als der Amerikaner und der Deutsche ist schon interessant. Loll, hier sind Minen. Da. Tatsache, hier sind sogar überall so Schilder. Von wegen Achtung, Minen. Naja, wir sind Engländer, wir können kein Deutsch lesen, so ne. Das ist das Problem. Hm. Naja, gut. Hm. Okay, genug geguckt. Wir müssen weiter spielen. Äh, schnell reparieren. Ob ich, sind das bloß anti... Ey, warte, ihr könnt das ja auch einfach wegmachen. Ha. Ihr habt doch das Minensuchgerät. Oh, 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 oh. Alter Schwede, ey. Zappers on site. Oh, der nächste M3 ist ready. Kommt mal da mit hin. Ja, das ist eine ganz stattliche Panzerflotte hier. Können wir noch einkaufen. Ach, wir müssen da oben jetzt mal gucken, was das ist. Äh, da werde ich mal... Zwei Panzer hinschicken. Und dann noch einen Pionier oder so hinterher. Ja, ich kann da nicht nur mit Infanterie reingehen, weil da auch, äh... Äh, MG-Bunker stehen. Halt. E war das nicht cool. Nee, geht noch nicht. Trifft ihr denn überhaupt? Nee, die Dinger überhaupt kaputt. Tja, wenn wir Pech haben... Ah, doch, es geht. Ja, sie können auch rein. Sehr schön. Passt. Oh, ne, ihr müsst den Tiger reparieren gehen. Und zwar zügig. Wir schicken da mal noch einen M3 hin. So. Hä? Achso. Äh, dann macht das Dinger mal weg. Nee, 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 ihr solltet es da kaputt schießen. Ich hab die versehentlich mit ausgewählt da oben. So, hier müssen wir aber auch vorsichtig sein. Hier ist auch wieder ganz viel Bunkerzeug oben drauf. So, wie sieht's jetzt hier aus? Immer noch nicht kaputt. Okay. Ich will, ich will wissen, was da passiert. Jetzt darf jetzt hier nicht schon wieder gleich alles am Arsch sein. Wollen die Kollegen jetzt hier einfach durchrushen? Das gibt's doch nicht. Wenn sie auf den Ball hat. Oder habt ihr irgendwie... Nee, ihr habt nur Handgranaten und so, ihr habt keine Sprengladungen. Ach, komm, es macht das Ding doch einfach weg. Wenn ich mit der Artillerie da drauf baller, ist die Frage, ob die da überhaupt ankommt, ne? Ah, jetzt ist das kaputt. Ja. Ich glaube, es ist kaputt. Ja, ist kaputt. Geil. Jetzt schnell rein hier. Ich will jetzt sehen, ob da hier irgendwas passiert. Richtig, die Rettungsmissionen jetzt hier. Kriegsgefangene befreien. So, seht ihr da? Da sind nämlich diese Dudes jetzt drin. Kann ich das einfach kaputt fahren? Ja, geht. Okay. Man scheint die aber nicht irgendwie... ...beizuschalten. Oder dass die da jetzt einfach rauskommen und helfen einem beim Kämpfen oder so. Oder man muss da mit Infanterie rangehen oder so. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Wenn es überhaupt funktioniert, ist halt die Frage. Aber warte, ich werde alle meine Einheiten jetzt mal zurückziehen von da hinten, weil da ist ja jetzt genug eigentlich an Leuten. Ich bin der einzige Spieler hier auf der rechten Seite. Leute, wo ist er denn rumgefahren? Oh Gott, ey. Danke Spiel für nix. Aber hier oben sind auch noch Bunker. Aber die scheinen uns... Na doch. Sind aber glaube ich nur Mörserbunker. Was anderes ist das glaube ich nicht. Ja, ja, ihr überlebt das schon, na. Ich bin da sehr zuversichtlich. So Leute, dann fahrt da mal rein. Macht ein bisschen Mayhem da drin. Ach Leute, du bist noch gar nicht fertig mit Einnehmen. So, Artillerie, ihr macht jetzt bitte die Bunker da oben platt. So, alle Grans. Ihr macht jetzt hier richtig schön Feuer frei. Alle Fähigkeiten aktiv. Jetzt habe ich aber auch von denen da hinten das glaube ich angemacht. So, ne, da nicht. Ja, ist gut. Hab ich nicht. Alter, wie viele Panzer da hinten ist. Holy shit. Sind zwar alle Reparatur bedürftig. Aber trotzdem. What the fuck? Alter, kannst du das jetzt mal einnehmen? Der ist ja immer noch nicht fertig. Alter Schwede, ey. Ich muss eigentlich mal ein schönes Bildchen von dem Gustav machen, wenn der Nebel des Krieges da endlich mal weg ist. Und jetzt haben wir es aber, ne? Alter, ist das hier ein Panzerfriedhof, ey. Mann, warum man nicht ranzoomen kann, ey. Das ist so dumm. Das regt mich so auf. Mann, warum man nicht ranzoomen kann, ey. Okay, wenn der Nebel ist, ey. Oh, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht da. Ich bin clever. Commander, you have CP-12. Der Nebel ist natürlich so. Herr, coeur ist sie. Herr, ich bin hier. Dieses Team-Gate. dough muss Thinking never Forever. Pass. Aber jetzt stoppt uns. Gettet er sichえー. Hüllte ihn aufç Toutifеров wir es in Wir gewordenen. Also dauert mich zu der Nebel. Bild von gekriegt hätten. Alter Schwede! Junge, Alter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Voll eine Mine rein. So, jetzt versuchen wir nochmal ein schönes Bildchen zu kriegen. Mann, Mann, Mann. Das kann ja wohl hier nicht so schwer sein, ne? So, jetzt hier schön, irgendwie so. Ist das ein schönes Bildchen? Ich weiß es nicht. Joa, das ist doch ein schönes Bildchen, würde ich sagen. Gut, das reicht hin jetzt hier. Jetzt machen wir das zu Ende. Den Gnadenstoß versetzen. Ne, du chillst hier immer noch. Dann hast du noch einen Motorschaden. So, hier oben ist das, glaube ich, auch alles geplättet. Dann fahrt ihr jetzt hier auch noch rein, schnell. Und sogar noch ein M3 hier. Der neue. Sch evolved, kannst du noch sicher? Yeah. Ja, wir werden... Run, run! ре curve 4 Knight! nicelylawed! Run, grabbing weil er! Anybody sehen? Arm, man! Commander, Sie haben CPs dint активング Varandra! Arbe終AS nicht hier! Run, bring it over! Regent, wird es gar nicht! Radhen Sie mit! Get in! MAN, workersat! Vendwo 이렇게 è aus! Ja, in eine Chance! Vendwo ist das, ja. so geile sache so einfach alle vorwärts fahren und alles schön wegrasieren was ihr so seht machen wir doch einmal die art geht gar nicht mehr ist ja jetzt hier in der in der basis ja das dürfte es doch gewesen sein jetzt da hinten steht noch ein gebäude wieso ist denn da unten noch ein panzer kommt der jetzt mal im ernst wo kommt der her oder ist da noch ein gebäude da geht der kollege gerade gucken muss ja das ist noch das hauptquartier gebäude ja jetzt okay gut ja geil das hat aber ewig gedauert anderthalb stunden junge 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 ja cool verursachter schaden habe ich den zweitmeisten das hier wird wahrscheinlich der artillerie dude gewesen sein mit den nebelwerfern und ich gehe mal davon aus dass er hier er ist glaube ich der amerikaner gewesen und er der bunker typ glaube ich also ich glaube bunker guy hat auch ganz gut punkte gemacht also schaden zumindest erlitten da schaden habe ich weiß gott den meisten ich war ja auch irgendwie so aus frontschwein die ganze zeit 61 fahrzeuge habe ich gekillt 75 21 fahrzeuge hat der army verloren holy shit ich nur vier alter und da waren bestimmt zwei tote m3 ne ein black princess drauf gegangen und dann glaube ich nur drei m3 ja und zwei davon und glaube ich nur drauf gegangen weil ich doof war oder weil die ki doof war weil die wegfindung scheiße gewesen ist mal wieder ja aber egal cool dann vielen dank fürs zusehen lasst mir doch einen kommentar da ein like ein abo ein dislike je nachdem was ihr gerne wollt guckt.... und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder�� rein geschützt